Was soll ich dir erzählen? Sag mal dein Wort zum Freitag. Mein Freund zum Freitag. Mein Freund zum Freitag ist Fear Factory. Das ist Fear Factory. Fickt euch, Fear Factory. Fear Factory ist geil. Der sagt Fear Factory ist geil. Der sagt Fear Factory ist geil. Der sagt Fear Factory ist geil. Und wenn die verfickten Wichser nicht sagen, dass Fear Factory geil ist, dann sollen sie sich verpissen. Dann ist mir die Scheiß egal. Fear Factory ist geil. Weil Fear Factory ist geil. Nämlich hier. Fickt euch. Danke.